So, und dann habe ich mir wieder First Dates angeguckt. First Dates, das ist ja irgendwie so ein bisschen sowas wie der kleine züchtige Bruder dieser ganzen Baggershows im Privatfernsehen. Und da hat mal wieder das Feuer der Leidenschaft dermaßen gebrannt. So was können nur wir Deutschen. Hoi, wollen wir ein zweites Date? Äh, Date? Alter, Frau Schönheit. Puh, nicht so einfach, aber ich könnte mir das so unter Umständen vorstellen. Ja, also ich eigentlich so gesehen auch. Ja, na, dann machen wir das einfach, oder? Mhm, ja, so machen wir das. So, safe. Ja, und was haben die beiden innerlich gedacht? Nein, 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 nein. Applaus